willkommen zu meinem neuen video ich freue mich dass sie eingeschaltet haben ja zu all den videos unserer inneren arbeit auch mal ab und zu ein bisschen wieder was was zu tun hat auch mit der inneren aber natürlich auch mit der äußeren welt wenn ich in der vorweihnachtszeit hier so durch die stadt laufe und vielleicht ist es für euch auch ein tipp in der ja in der vorweihnachtszeit vielleicht auch mal einmal darüber nachzudenken da fällt mir auf und vielleicht fällt es auch einigen von euch euch auf dass ich wenn ich durch die stadt laufe und mir die jüngeren menschen anschaue nicht alle viele jüngere menschen anschaue dann habe ich manchmal das gefühl dass die stadt zum beispiel aachen oder auch maastricht dass die städte voll sind mit jungen millionären da laufen jungs und noch mädchen 17 18 manchmal 19 jahre alt und die haben von oben bis unten die allerteuersten marken an die schuhe einer teuren marke die jogginghose einer teuren marke bomberjacke einer sehr teuren marke keppi auf noch einer teuren marke noch eine dicke kette um einer teuren marke und oft jetzt für männer auch diese täschchen so crossover body bags die frauen tragen tragen jetzt auch männer ist jetzt hip also kann man beobachten in der stadt auch natürlich nicht irgendein kleines schwarzes ledertäschchen vom flohmarkt nein ganz im gegenteil das muss eine teure marke sein also da muss eine richtig richtig teure marke draufstehen und das ist nicht nur einer sondern das sind massen massen von jungen menschen wo wenn ich sie sehe ich den eindruck bekomme die müssen millionen verdienen denn ansonsten würden die nicht so viel geld für ihre kleidung ausgeben wo will ich hin ich will hin zu dem wie sich ein wirklicher millionär besser gesagt wie ich millionär werde und wie sich ein millionär verhält woher wissen sie das nun ja ich habe ein bisschen lebenserfahrung und ich habe auch schon viele menschen in meinem leben kennengelernt und ich kenne auch viele menschen also es gibt ein paar dinge die sind ganz klar typisch für jemand der dahin will und diese jungen leute die so gekleidet sind die wollen offensichtlich den eindruck erwecken dass sie schon da sind aber sie sind natürlich nicht da das sieht man am verhalten und b sieht man das auch an diesen teuren klamotten denn wären sie wirklich würden sie zu dieser einkommensgruppe gehören würden sie es nicht zeigen ich kenne einige sehr sehr wohlhabende menschen die mir immer sagen und ich kenne auch einige und ich habe das auch schon mal öfter erzählt die wirklich einen burberry mantel haben gekauft vor 40 jahren burberry ist okay jetzt mache ich werbung aber ist nicht schlimm kann man ruhig denn das ist ja eigentlich ist es ja gar keine es ist keine es war nicht mal so eine hippe marke es ist einfach qualität ja es ist englische qualitätsarbeit die mäntel sind gemacht auch für unser klima perfekt für viel regen ja und kälte und den mantel kauft man einmal und den trägt man sein leben leben lang so denkt der millionär den kaufe ich mir einmal und den habe ich 40 jahre lang und in 30 also wenn er den 20 25 jahre lang hat da sieht der mantel von außen alt aus der millionär sieht unauffällig aus erträgt sein seinen wohlstand erträgt ihn nicht so zur show und jetzt muss ich kurz unterbrechen und ich mache weiter denn ich muss mal kurz an die tür es klingelt